Der Preisalarm des Tages. Ja, im Preisalarm des Tages, da wird Ihr Fußboden heute spiegelsauber. Diana und ich, wir polieren gerade unseren Studio-Fußboden und polieren sah früher so aus. Auf allen Vieren rumkriechen, in Kreisenbewegungen mit viel Kraftaufwand den Boden polieren. Und so geht das heute mit unserer Akku-Fußboden-Poliermaschine. Akku betrieben, das ist natürlich toll. Das heißt, keine Stolpergefahr mehr, Sie bleiben nirgendwo hängen. Akku betrieben, bis zu 55 Minuten können Sie hier am Stück polieren. Und das jetzt mit nicht 100, nicht 200, nicht 500, nicht 700, mit 900 Schwingungen pro Minute. Das ist eine absolute Granate, diese Akku-Poliermaschine. 900 Schwingungen pro Minute. Überleg mal, du müsstest 900 Mal hin und her schwingen in einer Minute. Das kriegt man gar nicht hin. Und was machst du jetzt? Du kannst einfach sprechen, du machst gar nichts. Das alles macht unsere Poliermaschine automatisch. Ich bin begeistert, weil Sie können Ihren Haus, Ihren Boden putzen. Da gibt es alles. Parkette, Laminat, Holzboden, Fliesen zum Beispiel, alles. Und das geht alles so einfach. Ich mache gar nichts. Und natürlich, das macht alles unsere Poliermaschine. Ich finde das auch cool, weil zum Beispiel bei mir diese reinigen und dann polieren, das braucht so viel Zeit immer, ja. Sie müssen zum Beispiel viel kochen und dann gut aussehen. Und natürlich, Sie möchten, dass Ihr Haus auch schön aussehen sieht. Aber mit diesen Maschinen, das geht alles so leicht und kinderleicht, ja. Ich glaube, Elke-Kinder können Euch auch ein bisschen zu helfen mit dem Boden. Das finde ich cool. Und das alles für 89,99 Euro. Schauen Sie mal, das geht mit einem Finger, dass ich hier meinen Fußboden poliere. Mit einem Finger. Das heißt, das Gerät ist auch überhaupt nicht schwer. Wie reinigen Sie denn zu Hause mit dem schweren Wassereimer? Dann muss man jedes Mal den Lappen ausbringen. Ich mache das hier mit zwei Fingern. Und das Schöne ist, hier im Griff, da haben wir zwei Knöpfe. Einmal den Start- und Stoppknopf und zum anderen auch den Wasserauslass. Das ist Wahnsinn. Das heißt, wenn Sie hier draufdrücken, schauen Sie mal, wird hier automatisch eine Flüssigkeit versprüht, die ich vorher natürlich eingefüllt habe. Ich mache da immer Wasser rein mit so ein bisschen Politur, damit der Fußboden schön sauber aussieht. Und alles, was Sie dafür brauchen, ist heute schon mit dabei. Sie bekommen hier diese praktische Einzelhilfe mit nach Hause geliefert und vier Mikrofasertücher. Die blauen sind sehr schön, zum Beispiel, wenn Sie Fliesen haben, Harzböden. Die sind ein bisschen grober. Die können Sie übrigens, wenn die schmutzig sind, auch in die Waschmaschine packen. Und dann haben wir die ganz weichen für Echtholzböden. Die sind auch sehr, sehr sanft. Und hinterher, wenn die schmutzig sind, einfach in die Waschmaschine. Ah, super, das war meine Frage, ja, weil ich dachte, ich muss das alles. Das ist echt super. Und ich finde cool, diesen LED-Licht, also du kannst genau sehen, wo und was reinigst du gerade. Ja. Das ist echt cool, ich habe noch nie gesehen. Ja, schauen wir auf Pearl.de, was Sie heute sparen. Es lohnt sich. Schauen Sie mal, 120 Euro auf Pearl.de. und bei uns heute im Preisalarm des Tages für 89,99 Euro. Also, ich habe sie schon oft vorstellen dürfen, weil die immer wieder ein Klassiker ist. Aber so günstig war die noch nie. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist cool, dass dieser Griff, das ist sehr, sehr Bewegung. Das bedeutet, du kannst zum Beispiel unter dem Sofa oder Tisch oder Couch putzen. Das finde ich cool. Guck mal, ich mache gar nicht, das macht alles automatisch. Das ist echt gut, echt bequem und praktisch. Und das alles, das ganze Set, Sie bekommen heute für 89,99 Euro. Artikelnummer NX 6251 und 569. Ich bin begeistert. Jetzt putzen zu Hause, macht keine Angst mehr, ja. Sie sparen Zeit, heute Sie sparen Geld. Und natürlich, Sie alle sind zufrieden. Das kann auch ein super Geschenk sein, oder, Anna? Auf jeden Fall. Wir alle wünschen uns natürlich Erleichterung im Haushalt. Und wenn Sie dann putzen, dann ist der Fußboden nicht nur sauber, sondern auch wirklich tiptop rein, sodass man sich spiegeln kann. Und das ist doch das, was wir wollen. Rufen Sie jetzt an und holen Sie sich Ihren Preisalarm des Tages unter der 0800 51 51 und 3 mal der 4. Viel Spaß, was? Und das ist das, was wir wollen.